Servus, der Metal-Mose hier beim Tough Stuff Tees Video auf die Sendung am Samstagabend und natürlich jetzt nach Weihnachten, aber zwei gute Dinge, der Hubi ist nicht da. Erstens, ich bin jetzt hier an seinem Platz, hier ist sein Computer und sein Dings und bei der Sendung ist er jetzt auch nicht da. Das heißt, wir haben es gemütlich, wir schauen zurück aufs Jahr 2015, aber bevor wir das tun, müssen wir erstmal Hubis Tastatur verfeilen. Okay. Bist du anspülen? Gut, genau. Was haben wir da noch? Also, damit er sich dann richtig wohlfühlt, wenn er aus seinem unverdienten Urlaub wieder zurückkommt. So, haben wir das auch. Und wir müssen natürlich zurückschauen aufs Jahr 2015 in Tastaturfrau Flockantelle und zwar zum einen Motorhead, Nummer 1 Album, der Wahnsinn. Maiden, Nummer 1 Album. Slayer, ein brutaler Nummer 1 Album. Und wenn mir einer gesagt hätte, vor 30 Kanzlei geht auf die Nummer 1 der deutschen Album, Schatz, hätte ich gesagt, du Depp. Und auf einmal 2015 ist es wahr geworden. Apropos Depp, den habe ich für den Rubi extra gemacht. Also, wir sehen uns alleine, weil der Rubi Urlaub hat, in Tastaturf, Samstagabend, wie immer, auf Rockantelle. Rock on!